Der Pfullinger Weihnachtsmarkt öffnet wieder seine Pforten. Rund 70 Stände bieten in vorweihnachtlicher Atmosphäre vom Adventskranz bis zu weihnachtlichen Naschereien ein breites Sortiment an. Wer es lieber herzhaft mag, kommt hier ebenfalls auf seine Kosten. Bereits am Freitag eröffnete Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner umrahmt von der Bläserklasse der Wilhelm-Hauf-Realschule den Weihnachtsmarkt. Dieser kann noch am Sonntag bis 18 Uhr besucht werden.